Musik Ich wünsche Ihnen auch von meiner Seite einen sehr schönen, erfolgreichen Tag und einen guten Morgen. Ich habe Informationen mitgebracht zu unserem Kernprodukt. Unser Kernprodukt hat sich in die Richtung entwickelt von Managed Sprint Services. Und unser Konzern selbst wurde 1881 gegründet vom Herrn Kibataro Oki. Der aktuelle Präsident ist der Herr Kawasaki. Das hat auch einen Hintergrund, deswegen sind unsere Drucker auch so schnell. Unser Umsatzvolumen beträgt 4,2 Milliarden Euro. Wir haben um die 16.000 Mitarbeiter weltweit, davon mehr als 10.000 Mitarbeiter in Japan. Und die Oki Electric hat Tochtergesellschaften von 68 Stück und davon sind 30 Tochtergesellschaften in Japan tätig. Was interessiert die Entscheidungsträger zum Thema Printmanagement? Ich habe mitgebracht eine Umfrage vom IDC. Der erste Punkt ist natürlich Kostensenkung. Das ist ein ganz wesentliches Thema. Es gibt sehr viele Möglichkeiten im Printing-Bereich die Kosten zu senken. Das hat auch den Hintergrund, wenn ich Standards einführe, sind die auch sehr, sehr wichtig für die Kostensenkung. Dann Wartung und Service kann verbessert werden, bis hin zur Vereinfachung von Verwaltungstools. Und ganz, ganz wichtig ist auch für die Entscheider, ich habe eine Transparenz. Ich weiß ganz genau, wer hat wann gedruckt und welche Kosten sind in der Abteilung angefallen. Managed-Sprint-Service erlaubt uns in einem Paket Drucker und Multifunktionsprodukte anzubieten. In dem Paket sind auch Verbrauchsmaterialien und die Services inkludiert. Uns interessiert bei Managed-Sprint-Service die gesamten TCOs, die Gesamtbetrachtung auf die Laufzeit, solange ich meine Drucklösungen verwende. OKI übernimmt die automatisierte Systemlogistik, den gesamten Betrieb der Technikleistung und die Verwaltung und Controlling der Drucklandschaft. Gemeinsam starten, gemeinsam überzeugen. Das Praxisbeispiel, das ich mitgebracht habe, ist von der Firma Donauwell. Hier konnten wir Kosten senken im Wert von 21.700 Euro auf einen Zeitraum von fünf Jahren. Wie sind wir dieses Thema angegangen? Wir haben mit unseren Experten, sprich mit meinen Kollegen, uns die Systemlandschaft angeschaut und haben 20 Druck- und Kopiersysteme mit Faxen festgestellt. Wir konnten von der Hardware optimieren. Wir sind auf 18 Systeme gekommen, die wir bei der Donauwell installiert haben. Die Istkosten waren Beschaffungsaufwand für Drucker auf fünf Jahre gesehen von 13.344 Euro. Monatlich bedeutet das einen Aufwand von 222 Euro. Das Verbrauchsmaterial, das bedeutet das Tonersystem, die Bildtrommel, alles bis auf das Papier, hat einen Wert von 11.713 Euro betragen. Monatlich runtergerechnet 976 Euro. Und dann sind Reparaturaufwendungen einfach notwendig gewesen bei dem bestehenden System. Hier hat die Firma 433 Euro im Monat bezahlt. Entschuldigung, auf zwölf Monate im Monat 36 Euro. In Summe hat der Betrieb der Drucklandschaft von 20 Systemen der Firma Donauwell 1.234 Euro gekostet. In diesem Monatsbetrag waren auch schon Seitenvolumen beinhaltet von 35.000 Seiten Schwarz-Weiß und 1.500 Seiten Color. Unser Angebot war Vor-Ort-Wartung, Next Business Day, die Bereitstellung der gesamten Verwaltungs- und Controlling-Software, die automatisierte Logistik des gesamten Verbrauchsmaterials, die automatische Logistik und Wartung der Drucker mit den Ersatz- und Verschleißteilen und eine Vollgarantie mit Vor-Ort-Service, unserer Oki-Managed-Splint-Service-Leistung. Unser Angebot, wir sind gekommen auf 847 Euro. Hier wieder genauso beinhaltet das gleiche Betriebsvolumen von 35.000 Seiten Mono, 1.500 Seiten Schwarz-Weiß. Eine vertragliche Laufzeit von 60 Monaten sind wir eingegangen und die monatliche Ersparnis hat sich deutlich zu Buche geschlagen mit 387 Euro. Unsere Kunden, die seit vielen Jahren unseren Managed-Splint-Service verwenden, wie die Firma Questa, Triple E, die Firma Donauwell, Intercontinental, die Firma Winkler zum Beispiel. Ein Statement vom Herrn Thomas Legner. Interconti verwendet jetzt fast seit zwei Jahren unsere Managed-Splint-Service-Modelle und ist, muss ich auch sagen, sehr, sehr zufrieden damit. Unser Angebot für die Praxistage. Holen Sie sich bitte von unseren Experten bei den Praxistagen eine kostenlose Druck- und Kopieranalyse. In der Analyse sind alle Themen beinhaltet. Wir gehen wirklich den Bedarf durch und Sie bekommen eine Übersicht, wie sieht Ihre Drucklandschaft in der heutigen Situation aus. Und ich freue mich, wenn Sie dieses Angebot annehmen und wir haben unseren Stand im Raum nebenan und freue mich auf interessante Gespräche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.